Hallo und willkommen zurück zu Projekt 2000, Tradefever und wir sehen unsere HKX-Log. Für die ganz Blinden hätte auch drauf gestanden, dass es eine Personen-Log ist, und zwar der Hamburg-Köln-Express. Es haben ja mal auch viele Leute in die Kommentare geschrieben, weil ich mal wieder zu blöd war zum Lesen. Vielen Dank dafür. Diese Log wird jetzt ausgetauscht gegen eine andere Log, habe ich mir gedacht, weil ich doch das mit der Personen-Log ein bisschen unrealistisch fand. Und ich meine, gut, so super realistisch sind die anderen Logs jetzt auch nicht. Sind aber alles Taurus, Taurus, verschiedene Taurus-Logs, so schön im Gang, die ihr jetzt auswählen könnt. Oben auf dem Infofeld findet ihr die Abstimmung. Zwei werden vor den Zug gespannt. Und zwar werden das zwei von diesen fünf Stück sein. Ich werde die nach und nach vorstellen. Auf dem Infofeld findet ihr alle. Entscheidet euch einfach für eure Lieblings-Log. Und die beiden mit den meisten Stimmen werden vor die Lok gespannt. Ich habe mir ja gesagt, dass ich ab und zu mal ein bisschen euch in die Entscheidung mit entscheiden lassen will. Und das ist so eine der ersten Entscheidungen. Ihr dürft auswählen, welche Lok von unserem Erzzug, das ist eigentlich ein Erzzug, vorgespannt wird. So, wie gesagt, ich habe mich für den Taurus entschieden. Ich mag den echt ganz gerne. Ist ja auch eine Güter- und Personen-Log. Deswegen habe ich mir gedacht, dann wem war für Mann aus. Wir fangen an mit dem Taurus Red Bull. Der ÖBB ist ein fiktives Modell. Das heißt, es gibt es nicht in Realität, dass der Zug so angemalt ist oder so lackiert ist, würde man sagen. Das gibt es in Realität nicht. Sieht aber sehr schick aus, wenn ihr euch dafür entscheidet. Wie gesagt, könnt ihr euch jetzt oben abstimmen. Dann haben wir hier von der Rail Cargo Group der ÖBB. Man sieht hier, hier gibt es so einen kleinen Fehler. Hier scheint das Gerüst oder dieses Modell, wie nennt man das Modellgerüst, sage ich dazu mal, sieht man hier noch so ein bisschen mit den weißen Strichen. Ich habe aber am Anfang gedacht, das gehört zur Lok dazu und ich finde, das sieht ganz cool sogar aus. Obwohl das scheinbar ein Bug ist, denke ich mal. Das ist wahrscheinlich ein Bug, der jetzt nicht behoben ist. Ich finde aber, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Also, wenn euch das gefällt, diese kleine, bisschen außergewöhnliche Lok von der Rail Cargo Group, übrigens auch von der ÖBB, das heißt, ich habe drei ÖBB-Varianten hier und eine Deutsche Bahn und eine, naja, werdet ihr aber gleich noch sehen, eine ohne jetzt Eisenbahnfirma, dann entscheidet euch hier für die Rail Cargo Group, falls ihr die schön findet. So, dann haben wir hier einen klassischen ÖBB-Lok, hier im ganz klassischen ÖBB-Rot. Haben wir hier auch, wie gesagt, alles Taurus-Loks und das ist sozusagen die nächste Variante, ist jetzt relativ nüchtern, relativ unspektakulär. Dann haben wir was ganz abgespacedes, kann man sagen, Sailor Moon. Habe ich nie wirklich geguckt, aber fand ich cool, also als Lackierung. Falls ihr Lust habt, hier was ganz abgespacedes rumfahren zu lassen, dann könnt ihr auch gerne für die Sailor Moon-Lok stimmen und die können wir auch gerne vor unseren Zug spannen. Sailor Moon, also hier, finde ich immer noch cool, auch als Variante eine Taurus-Sailor Moon-Lok, um die vor den Erzzug zu spannen. Und die last but not least, die letzte Version, die DB-Version des Taurus, mir fällt die Baureihe jetzt gerade nicht ein, aber wir können ja mal draufschauen, da steht ja immer sehr schön drauf oder steht es nicht. 91, 80, 901, sagt mir jetzt nichts, haben wir hier keine. 182, Baureihe 182 wird die genannt bei der DB und das ist also auch eine Taurus in DB-Lackierung. So, wie gesagt, ihr könnt jetzt auf dem Übelfeld entscheiden, welche dieser fünf Loks fahren. Die Abstimmung, ich will das jetzt ein bisschen festlegen, dauert drei Tage, glaube ich, habe ich gesagt, ja, drei Tage habt ihr dafür Zeit für diese Abstimmung. Das heißt, in den nächsten drei Tagen könnt ihr noch abstimmen. Danach werde ich wahrscheinlich schon ein Video für die nächste Woche aufnehmen, sodass dann nicht mehr möglich ist, abzustimmen. So, das möchte ich euch jetzt, ich glaube, ist ein ganz guter Zeitraum, um hier nochmal abzustimmen, um für was ihr euch entscheiden wollt. So, damit sind wir damit auch durch und können eigentlich mal gleich mal starten. Ich glaube, die lasse ich jetzt in der Zeit einfach nochmal, bis wir uns dafür entschieden haben, auf der Güterzug-Linie einfach fahren. Warum? Weil wir es können. Wie hießen die? Linie 2, glaube ich. Ich glaube, die hätte keinen Namen, ne? Genau. Lassen wir die einfach mal auf Linie 2 fahren und, ja, die wird ein bisschen auflaufen, aber die verschwindet ja eh wieder, wenn wir diese schöne, diese schönen beiden Taurus hier setzen. Das einzige Problem, was ein bisschen unrealistisch ist, ist, ähm, normalerweise werden die Pantografen bei so einer Doppeltraktion, zumindest laut meines Wissens, so Pantografen sind übrigens Stromabnehmer, ähm, so gehoben. Also, vor allem bei der vornen Lok vorne, bei der hinteren Lok hinten. Ähm, es sei denn, es gibt aber auch Ausnahmen, der Zug transportiert Holz, Erz oder sonst irgendwas. Natürlich ist das ein Erdzug, aber man sieht, die Erz-Waggons sind zu, also rein theoretisch würde er wahrscheinlich das auch so heben. Ähm, wir haben allerdings hier keine Variante mit einem, äh, mit einem, äh, Stromabnehmer vorne. Das heißt, wir werden zwei mit hinten, äh, also zwei miteinander hängen müssen, die jeweils den Stromabnehmer hinten gehoben haben. Das ist nicht ganz realistisch, geht aber leider nicht anders. Und so schlimm ist das jetzt auch nicht. Also, mich stört es jetzt nicht so extrem, dass, äh, leider dann nicht möglich ist, die vorne zu heben. Nun gut, lassen wir die Ganze mal fahren. Wir klicken mal auf Play und dann gucken wir uns mal, die wird wahrscheinlich mega schnell beschleunigen. Die Taurus sind ja richtige Kraftpakete. Und fahren die jetzt nicht los? Ach, die sind angehalten, ja deswegen. Ich glaube, die anderen sind auch noch angehalten, ne? Die, die HKX, die bald ausgetauscht wird, sind mit auch noch angehalten. Glaube ich. Angehalten, ja genau, ihr dürft, ihr dürft wieder weiterfahren. Sehr schön. Dann lassen wir auch die mal weiterfahren. Und der muss natürlich jetzt mal richtig anfahren. Und die haben hier richtig Druck unterm Kessel, kann man sagen. Die können hier richtig Gas geben. Na, hier hoffentlich nicht, aber die werden mal gucken. Ich will einfach mal gucken, wie schnell die Beschleunigung ist. Bleibt mal hier. Ich wollte jetzt schon wie bei Transportfever auf dieses Kamera kicken. Die gibt es ja leider noch nicht. Wäre schön, wenn ich mir die so als Mod hier auch einfügen würde in Trainfever. Aber, hm, komm. Wie gesagt, man sollte nicht darüber schwärmen, was es für Mods nicht gibt, wenn man selber nicht moddet. Weil ich habe keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht kann ich mich da irgendwann mal mit beschäftigen, aber das würde etwas länger dauern. Und dann würden, glaube ich, die Videos runterleiden. Hätte ich aber irgendwann mal Lust zu. So, ähm, wir sehen hier mal. Guck mal, guckt euch die Beschleunigung an. Wohl, jetzt hat er gerade, kann er gerade nicht beschleunigen. Jetzt gerade auf gleicher Verstratenstrecke. Wenn alle fünf unten sind, müsst ihr richtig abgehen. Ja, guckt euch das an, wie der hier einfach hoch beschleunigt. Oh, ist das ein geiles Bild. Der TGW. Oh, ist das geil. Der TGW und der Erzzug und die fünf Taurus hintereinander. Taurus-Loks. So, damit die Grammatik alles richtig ist. Hintereinander sind, sie fahren nebeneinander. Das sah schon cool aus. Das sah echt cool aus. Und, ähm, ja, ich hoffe es, ich glaube, es gefällt euch, dass ich mir ab und zu mal ein bisschen euch frage. Das finde ich gerade schön, diese Abstimmung. Und da ich in letzter Zeit gemerkt habe, bei den Abstimmungen wird auch teilgenommen. Das heißt, ich kriege auch Rückmeldung. Und beziehungsweise, ihr klickt auch auf die Abstimmung. Wollte ich das vielleicht auch mal öfter machen. Wie gesagt, das finde ich echt eine schöne Eigenschaft, euch auch ein bisschen einfließen zu lassen. Dass ihr so ein bisschen hier drin auch Einfluss habt. So, ähm, was wollte ich noch tun? Ja, ich wollte die S-Bahn bauen in dieser Folge. Eine weitere S-Bahn-Linie. Ich überlege, soll das eine S-Bahn- oder eine Regionalbahn-Linie sein? Das werde ich mich noch entscheiden. Und zwar werde ich die von, hier von Heilig. Kings Landing ist das nicht Heilig. Kings Landing über Minas Tirith. Dann hier einmal hinten den Bogen und dann zum anderen Bahnhof. Und dann soll die hier hinten den Fahren nach Weißlauf. Ich denke, ich werde das auch als S-Bahn nehmen. Mal gucken, ob ich da auch den, ich werde mir gleich mal gucken, ob ich eine schönere finde. Oder eine andere Finder als die, die, äh, die Mitteldeutschland. Übrigens die S-Bahn-Mitteldeutschland, da haben wir mich auch noch ein bisschen darüber informiert. Die fährt ja in Leipzig und so. Also die fährt ja in Leipzig, Halle bis Cottbus, keine Ahnung, wo die überall rumfährt. Cottbus glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, Leipzig-Halle fährt sie auf jeden Fall. Und, ähm, bis Dresden fährt die, glaube ich, auch. Ich weiß es gar nicht. Die hat irgendwie noch ein Riesennetz für eine S-Bahn. Die S-Bahn-Mitteldeutschland. Und, ähm, ja. Wir wollen jetzt allerdings hier mal weiterbauen. Die neue S-Bahn-Strecke sozusagen. Und dann werden wir vielleicht mit dieser Folge auch noch schaffen, Weißwasser endlich mal anzufangen auszubauen. Ähm, mal gucken, wie weit wir kommen. Das werden wir sehen. Notfalls dann in der nächsten Folge. Wir haben ja Zeit, wie gesagt. Wir sind ja jetzt schon, wir gehen schon auf die 70 zu. Also, bitte folgen. Ähm, deswegen, äh, denke ich, ja, kann man sagen, wir haben Zeit. Wir haben uns bisher auch Zeit gelassen, haben wir Zeit. Hier fährt nun unsere, unsere Regionalzug, unser Regional-Express hier. Die, äh, Ersatzlokomotive. Ich glaube, was für eine Baurei ist das? Und das 110 oder so? Eine relativ alte Lok auf jeden Fall mit den, sind das Silberlinge? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, kann ich jetzt hier hinten nicht mehr sehen, ob das jetzt Silberlinge sind. Auf jeden Fall die DB-Regio-Fragen. So, welchen Bahnübergang? Das wollte ich jetzt mich eigentlich gerade entscheiden. Ähm, welchen finde ich den schöner? Was sind hier hinten für einer? Das ist, das ist, dann könnten wir vielleicht denselben nehmen. Äh, da ist so einer mit diesen breiten, äh, breiten Dingens, wollte ich schon sagen. Dieses hier ist hier. Ich denke mal, die werden wir jetzt hier auch nutzen. Ähm, Doppelschranken, das ist ganz gut. Ähm, da müssen wir die gleich noch elektrifizieren. Da wir da auch eine elektrische Lok drauf fahren lassen. Ich überlege, ob wir in, hier in, äh, Minas Tirith noch einen dritten Bahnhof bauen. Und ich denke, das werden wir jetzt auch tun. Ich habe mich gerade dafür entschieden, hier noch einen dritten Bahnhof zu bauen. Wenn die Lok da schon lang fährt und da noch eine S-Bahn ist, dann kann sie auch nochmal halten. Wir haben doch hier die Möglichkeit, dieser hier. Den haben wir, haben wir den eigentlich auch schon mal öfters angewendet? Ich weiß es gar nicht, ne? Ist das der, den wir hier vorne auch immer genommen haben? Ich glaube, gar nicht, ne? Ne, guck mal, hier ist ein anderer. Hier ist nämlich mit unten durch. Und hier haben wir jetzt einen Bahnübergang, den man schnell mal sieht, weil das ist dieser blaue Punkt. Irgendwie die Anzeige ist nicht richtig. Ist aber gar nicht so wild. Mit einem Übergang über die Gleise. Finde ich auch ganz schön. Und ist das dieser nirländische? Ich glaube, das ist der nirländische Bahnhof, ne? Ach, egal. Ich finde ihn trotzdem ganz gut. Der passt hier rein, finde ich. Eine kurze Variante, zwei Gleise, das passt. Dann stellen wir den hier auch mal hin. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die andere Linie jetzt gut angebunden kriegen. Ja, das dürfte gehen. Wie gesagt, die kann ja ruhig eine scharfe Kurve fahren. Ist eine S-Bahn. Das ist kein Problem. So. Ich wollte jetzt auch ab und zu mal in Trendfuer versuchen, die Strecken ein bisschen zu verschönern. Hier, weiß ich nicht, ob ich hier noch ein bisschen viel verschönern muss. Aber so manche Bergstrecken oder so werde ich vielleicht nochmal gucken. Ab und zu, wenn ich Lust habe, werde ich so das ein oder andere mal wieder ein bisschen mehr mich auf Schönbau konzentrieren. Wir werden hier auf jeden Fall beschränken. Hier ist viel Verkehr. Was nehmen wir denn hier? Oder wollen wir die hier mal nehmen? Es ist aber eher so ein Stadtübergang. Den finde ich jetzt hier auf so einer Ausfallstraße ein bisschen komisch. Deswegen würde ich hier trotzdem... Ich mag den. Das ist halt so ein typisch deutscher Übergang, ne? Ich finde diesen mit den schmalen Dingern auch ganz cool. Achso, obwohl lassen Sie ihn hier mal den hier nehmen. So. Sind das eigentlich diese Schranken? Wenn die so runtergehen, wackeln die dann noch so ein bisschen? Glaube ich hier gar nicht mal, weil die hier nicht auf so eine... Wenn du so eine ganze Schranke hast, dann wackelt die ja immer so ein bisschen auf dem Gummi... Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja immer so ein Gummi-Teil, wo diese drauf fallen, die Schranken. Und da wackelt die dann immer so ein bisschen runter, was ich echt cool finde. Pudung. Das hat irgendwie was. So. Dann wollen wir hier uns mal um die... Wollen wir das jetzt mal ein bisschen umbauen hier. Denn ich werde jetzt hier die... Die jetzt mal nochmal durchfahren lassen und werde das hier nochmal wegnehmen. Ich werde jetzt hier die Sachen so anschließen, dass ich... Dass wir dann nachher eine Kreuzweite hinbauen können. Dass die... Das sozusagen hier kreuzen die Strecken. Wir brauchen hier aber noch eine einfache Strecke. Bitte Oberleitung. Das vergesse ich jedes Mal einzustellen bei Trainfever. So, wenn wir die jetzt bauen, dann fangen sie auch wieder an, auf der anderen Seite zu bauen. Sehr schick. Sehr gut. Dann werden wir hier die Möglichkeit geben, dass wir wechseln können. Fahrzeuge wieder. Lassen wir die nochmal eben wegfahren. Sehr schön. Können wir jetzt hier bauen, bitte. Bitte, danke. Na, komm, dann wie lange muss die denn weg? Hau ab, Lok. Tschüss. Ach, pff. Nervig. Oh, das ist easy hier. Ja, hau ab. Tschüss, tschüss, Lok. Tschüss, war schön mit dir, aber ich habe jetzt... Weil das ist... Ich finde es ganz gut, dass der Takt wird dann hier noch erhöht, sozusagen. Ich meine, ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, die suchen sich halt eine von beiden Linien aus, welche schnell, welche öfter fährt. Das heißt, die... Ich weiß gar nicht, ob es ein Transportführer ist. Ich glaube es auch nicht. Da suchen die Loks ja auch... Suchen die sich ja auch nicht einfach irgendeinen Lok aus oder irgendeinen Zug, der dann auch in die Richtung fährt, sondern sie... Meistens wählen sie dann, glaube ich, die... Ähm... Währen sie eine von beiden Strecken aus, die schneller fährt und warten dann da, auch wenn jetzt ein anderer Zug in den Bahnhof einfahren sollte, der zum selben Ziel fährt. Was ich wirklich ein bisschen schade finde. Das wäre cool, wenn die jetzt so... Ähm... Wenn die jetzt sozusagen hier, äh... Ich kann es euch mal erklären, hier stehen würden und wenn sie jetzt nach Weißlauf wollen, entweder die S-Bahn, die Mittel-S-Bahn-Mitteldeutschland-Dium entfährt, also die S-Bahn-Strecke von Heiligquell hoch oder die S-Bahn-Strecke von King's Landing ausnehmen. Das würde sozusagen eine aussuchen, weil sie ja beide dasselbe Ziel haben. Das wäre... Irgendwie cool. Weil dann könnte man so den Takt erhöhen. Ohne dass man jetzt... Ohne dass man jetzt mehr Loks auf eine Strecke setzen muss. Sondern einfach durch... Äh... Durch eine andere Linie. Das wird auch eine Relativität... Äh Relativität... Eine Relativität oft gemacht. Was ist denn mit mir los? Ich kann heute wieder nicht reden. Ich habe manchmal so Tage, wo ich echt... Äh... So irgendwie... Keine Ahnung. Mir dauernd irgendwie... So Kasper auf der Zunge rumtanzt. So rum. Das klingt total bescheuert. Nein, aber so... Ich nicht... Irgendwie dauernd mich verhasple oder dauernd irgendwie was erzähle, was ich gar nicht sagen wollte und so. Das kennt ihr so. Aber Leute, die bei mir zuschauen, kennen das. Ich rede, glaube ich, einfach zu schnell. Das ist mein Problem. Und bin mit den Gedanken schon wieder eine Sache weiter, als das, was ich gerade ausspreche. So. Und damit haben wir diese unsere kleine S-Bahn-Strecke auch schon fertig, kann man sagen. Dann lasst uns die auch mal einweihen und gucken, welche Loks wir nehmen. Ich überlege wirklich, ob ich hier auch nochmal die S-Bahn-Mittelleutschland nehme. Aber ich glaube, ich würde hier nochmal eine andere Lok nehmen. Wir gucken mal, was wir haben. Wir gucken mal, was wir haben. Ich glaube, wir haben eher so diese Loks. Aber ich würde das schon... Da das ganze Strecke auch elektrifiziert ist, eine Elektro-Lok nehmen. Wie gesagt. Einfach mal schauen, was uns... ermöglicht, was unser großer Fuhrpark ermöglicht. Hier steht übrigens gerade auch ein schöner Intercity im Bahnhof. Wie man die immer wieder sieht. Und hinten die S-Bahn. Ich liebe diesen Bahnhof hier in Kings Landing. Der ist echt cool. Und wie gesagt, eine Lok kommt auf jeden Fall noch dazu. Wie gesagt, die zweite jetzt auch noch. Die Triebwagen, also die S-Bahn-Strecke, die kommt jetzt auch noch dazu. Und die andere Strecke... Eine Fernverkehrsstrecke wird er auch noch rüberführen. Also da wird der Verkehr sogar noch ein bisschen zunehmen. Da müssen wir mal gucken, wie gut das da läuft. So. Dann schauen wir mal. Wir könnten jetzt... Die haben wir ja schon genommen. Die ist ja unsere S1. Unsere Super City S-Bahn sozusagen. Dann haben wir hier diese Triebwagen, die ich eigentlich nicht nehmen wollte. Ich wähle jetzt noch elektrische Triebwagen aus. ÖBB City Jet. Ja, schön. Aber ÖBB wollte ich hier... Obwohl. Wir könnten hier auch ÖBB fahren lassen. Das Weißlauf ist ja schon sozusagen eine österreichische Anführungszeichen Stadt. Weil ich wollte ja Weißwasser, Weiß nicht und Weißlauf so die österreichischen Schweizer Züge nehmen. Ich glaube, wir nehmen hier eine österreichische... Österreicher Lok. Österreichische? Keine Ahnung, ich kann kein Deutsch. Österreicher Lok. Vielleicht nehmen wir sogar dieselbe, die wir auch in Transportfever nehmen werden vermutlich. Weil die Abstimmung sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass hier der die ÖBB 44042 nimmt statt den roten Pfeil. Also eine Abstimmung in Transportfever. Und die könnten wir hier auch nehmen. Die würde sich jetzt hier als S-Bahn auch ganz gut anbieten, denke ich. Aber ich schaue mal, was wir noch haben. Ich schaue mal eben. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes. Entweder österreichisch oder deutsch oder schweizerisch. Ist eigentlich relativ egal. Hm. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja, die würde... Das hier ist ein Talent der Moseltalbahn. Sowas vielleicht. So ein anderer Talent. Weil das andere, glaube ich, ist... Nee, ist auch ein Talent 2, ne? Das ist ja auch eine Hamsterbacke. Talent 2 sind ja Hamsterbacke. Haben wir ja schon. Lass mich mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Das sind halt die Talentzüge hier. Da fährt hinten die S-Bahn. Mittelhessen. Ja, aber noch ein Talent, zwei darauf zu stellen. Auch wenn er anders lackiert ist, finde ich irgendwie doof. Vielleicht kriegen wir noch was anderes hin. Wollen wir den nehmen? Ist ja so ein Pendelzug. Ja, so eine Regionalbahn. Könnte man aber auch als S-Bahn nehmen. Mal gucken, ob die auch im S-Bahn-Betrieb eingesetzt wurde. Kann man die im S-Bahn-Betrieb nehmen? Also als Doppelstock-S-Bahn, glaube ich, ist doch ganz cool. Wäre wirklich gar nicht so wild. 84 Leute, das passt doch. Die sind nicht zu... Obwohl, wie lang ist denn die? Das wäre natürlich sinnvoll zu wissen, wie lang die ist. Steht das hier nicht dabei? Das ist doof. Ich schaue mal eben, ob das hier dabei steht. Weil wenn der jetzt zu lang ist und dann nicht in den Bahnhof passt, ist das auch doof, ne? Ach, da steht nur bei Trans... Aber komm, das müsste da reinpassen in den Bahnhof. Ja, ich glaube, das passt. Drei Stück müsste erstmal reichen. Ich glaube, vier wären schon fast wieder zu viel, meiner Meinung nach. Obwohl es eine S-Bahn-Strecke ist. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, da eine S-Bahn rauszumachen. Für die Schweizer Kollegen, das ist ja eine Schweizer Lok. Falls ihr die kennt, die ich gerade ausgewählt habe. Ich muss auch mal gucken, welche das ist. SZU. Schweizer Zugunternehmen? Das würde ja Sinn ergeben. Es scheint eine Privatbahn zu sein. Ist aber gar nicht so wild. Können wir, glaube ich, auch dafür nehmen. Ich glaube, dann fährt sie halt bei uns als S-Bahn oder als Regionalbahn. Mal gucken. So, ist aber so. Wie gesagt, in Deutschland gibt es manchmal auch. Ich habe jetzt gerade das Beispiel Leipzig im Kopf. Ich weiß ab und zu mal vor kurzem, wie ich da irgendwie so ein Video von gesehen habe. Entweder im Train Simulator oder auch in der Realität vom City Tunnel in Leipzig. Beziehungsweise insgesamt so ein bisschen über den Leipziger Zugverkehr. Dort fährt ja auch der Taurus unter anderem mit Doppelstockwagen als S-Bahn. Was auch außergewöhnlich ist. So. Dann wollen wir zurück auf den Weg. Auch wieder die ganzen Bahn hier hinzufügen. Dann kommt der wieder dazu. Hallo. Auch wieder ein bisschen. Spiel. Ach, er speichert gerade. Entschuldigung. Ich bin wieder zu hektisch. Das Spiel hat nur zwischengespeichert. So. Dann haben wir hier unsere nächste S-Bahn-Linie, würde ich sagen. Geil wäre halt auch, wenn die hier noch einen Bahnhof hätten, ne? Aber ne. Schon so. So. S-Bahn-Linie 3. Dann würde ich sagen, nehmen wir sie jetzt S-Bahn. Wir nennen sie jetzt S-Bahn. Auch auf das Risiko hin, dass das keine S-Bahn-Züge sind. Dann sind es halt bei uns S-Bahn-Züge. S-Bahn. Kings Landing. KL. Reicht, glaube ich, für Kings Landing. Weißlauf. Weiß. Also. Weißlauf über. Warte mal. Hey. Jetzt. Das wollte ich haben. Wird so blöd. Das ist ein richtiger Zöl. Wirklich ein Weißlauf. Oder Weiß-L. Dann haben wir ein bisschen Platz noch. Weißlauf über. Wie heißt denn das? Minas Tirith. Minas. Ja. Über Minas. Das reicht. Ich weiß, was gemeint ist. Habe ich das jetzt gerade so bedankt? Oder habe ich die Linie jetzt vergessen zu benennen? Vermutlich, ne? Gucken wir mal eben. Ist das jetzt Linie 9? Ist die das? Vermutlich, ne? Das habe ich jetzt gerade einfach weggedrückt. Ich bin so schlau manchmal. Irgendwie, wenn man gedanktisch schon wieder woanders ist, dann drückt man es einfach weg. Deswegen, jetzt nochmal das Ganze nochmal umbenennen. Und dann können wir uns gleich schon neun Logs angucken. S9 ist was anderes. Linie 9. Das sieht nicht richtig aus. Hat er es jetzt tatsächlich schon umbenannt? S, wir suchen mal S-Bahn, King's Landing, S-Bahn, S-Bahn. Nein, das haben sie alles nicht gemacht. Hm. Hm, warum war sie denn? Äh. Hm? Wo ist denn jetzt die Linie hin? Wo ist denn jetzt die Linie hin? Ich will jetzt auch keine Lust, die ganze Zeit nach einer Linie zu suchen. Linie 8? Kann das sein, dass er das zu Linie 8 gemacht hat? Wir könnten eigentlich auch einfach draufgehen und gucken, welche... Ich muss erstmal wieder in den Train-Friver reinkommen. Wir könnten auch einfach in die Nähe gehen und gucken, welche sichtbar sind. Das wäre dann die richtige. Wir schauen mal, ob die Linie 8 ist. Und wenn ich schaue, dann mal gleich mal, wie sie sichtbar ist. Sowas nervt halt immer. Sowas ist immer unnütze Zeitverschwendung. Da hätten wir jetzt schon viele schöne Sachen machen können, zum Beispiel schon mitfahren können mit unserer neuen Linie. Wo sind wir denn? Wie zur Hölle bin ich nach Super City gekommen? Egal. Wir gehen wieder zurück. Und schauen jetzt mal, wie die Linie heißt. So. Nur sichtbare, bitte. Das ist das, die Linie 3? Kann das sein? Das müsste die Linie 3 sein, ne? Das müsste die Linie 3 sein. Dann müssen wir sie nochmal umbinden. Und dann wollen wir uns die neuen Loks mal angucken. Was ich ganz cool fand da an der Lok ist, dass das ein Zwei-Doppelstock-Wagen ist und hinten ein einstöckiger Wagen. Was es auch außergewöhnlich macht. Gibt, fährt aber so, wo ihr da wirklich da rum. Gibt es auch in... Habe ich in Deutschland aber noch nie gesehen. Gibt es ganz bestimmt auch mal mit einer Doppelstock-Variante und der Triebwagen war dann ein einstöckiger Wagen. Oh, außergewöhnlich. S... Wollen wir sie einfach nicht S5 oder so nennen? Wie hatten wir denn die andere genannt? Die andere S-Bahn hier. Die war nicht versichtbar. Nicht nur sichtbar, aber gucken. S4 oder S5, wo sind wir denn jetzt? S2 ist das. S-Bahn-Linie King's Landing. S-Bahn-Linie 4. Ach, das ist S4? Dann machen wir da S5 raus. S5, King's Landing, nach Weißlauf, Weißelminas. So, ich glaube, meine Abkürzung kennt auch keiner. Doch, ich kenne sie. So, dann wollen wir die Linie mal hinzufügen. Oder beziehungsweise die mal auf der Linie fahren lassen. So, das ist unsere neue Linie. Warum fährt denn der jetzt in den... Ich glaube, der fährt jetzt auf falsche Gleis. Der soll hier auch gleich fahren wie der Regio. Weil für die Fernzüge, da kann er nicht noch mit aufs Gleis drauf fahren. Das ist unsere neue S-Bahn. Ich hoffe, die passt da hinten in den Bahnhof. Das werden wir uns nachher mal anschauen. Aber ich finde, so lang ist der gar nicht. Das finde ich schon ganz in Ordnung. Und ich soll nicht so viel rumwackeln. Das habe ich in den letzten Mittfahrten schon wieder so extrem gemacht. Die ganze Zeit nur rumgewackelt. Und ich mag das mit diesem anspringenden Wagen hier. So, was ich jetzt aber auf jeden Fall noch vorher ändere, ist das Gleis, auf dem der hier in King's Landing einfällt. Weil der soll, wie gesagt, mit auf das Gleis des Regionalexpress mit einfahren. Da ich die beiden Gleise hier in der Mitte des Bahnhofs brauche für unseren Fernverkehr. Da wird nachher auch so viel Verkehr drauf sein, dass wir da einfach keinen Platz haben, jetzt noch da anzufangen, den auch noch zu verwenden für den Regio-Express, für die S-Bahn und für den Regio-Kanalverkehr. Passt das jetzt? Oder habe ich jetzt gerade, ich glaube, ich habe gerade mal wieder die Linie gelöscht? Minas Tirith Ost, das müsste doch der hier sein, ne? Minas Tirith Ost? Ja, das ist der, genau. Dann würde ich den ganz gerne hier hinzufügen. Warum wird denn die Linie nicht angezeigt? Hm. Hm? Was ist denn jetzt schon wieder los? Vorhin wurde sie doch die ganze Zeit angezeigt. Ja, müssen wir nochmal... Warte mal, ich entferne nochmal alle. So, da. Das ist halt immer ein bisschen doof. Ich will jetzt auch gleich mal eine Mitfahrt machen und dann will ich gleich auch noch irgendwas schaffen und die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, doof. Ja, haben wir heute in dieser Folge leider nicht so viel geschafft, nicht alles geschafft, was ich haben wollte. Dafür gibt es gleich noch eine Mitfahrt und dann beende ich auch diese Folge. Aber immerhin eine Strecke gebaut. Komm, besser als nix. Besser als nix. Ähm... Sag mal, warum wird uns... Warum wird die Linie nicht angezeigt? Was ist dein Problem? Ach, dann muss ich schon wieder offline gucken, warum der blöde Train-Fieber mal wieder nicht meint, die Linie anzeigen zu müssen. Habe ich irgendwas doppelt hinzugefügt? Nö, das sieht alles gut aus. Vorhin hat er die doch angezeigt. Was ist denn dein Problem? Hat irgendwie den Bahnhof keinen Strom oder so? Das kann ich mir ja noch vorstellen, dass hier der Strom fährt. Nee, hier ist Strom drin. Okay. Irgendwie wir vergessen, von hier zu stromisieren, hier Strom hinzuzufügen. Wir schauen mal, wir machen die Mitfahrt und schauen mal, ob der mit, ob der fährt. Dann werde ich mich sonst noch mal gucken, warum der nicht fährt. So. Ach, der fährt. Sehr schön. Da machen wir jetzt die Mitfahrt. Wie heißt denn diese Bahn? Schiental. Schientalbahn. Okay. Schil. Wie komme ich denn auf Schil? Schil. Ja. Wo ist denn das? S2H. Sieltalbahn. So. Dann wollen wir mal die Fahrgäste begrüßen. Sehr geehrte Fahrgäste. Willkommen in der Sieltalbahn als S-Bar S5 nach Weißlauf über Minas Tirith Hauptbahnhof und Minas Tirith Westbahnhof. Unser nächster Halt wird dann Minas Tirith Hauptbahnhof sein. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Ja, verabschiedet dich schon mal vor den Fahrgästen. Passt schon, Labern. Sag mal, fährt der mit offenen... Leute, hallo. Du hast die Türen offen gelassen, Kollege. Kollege, die Türen sind... Das habe ich ja noch nie gehabt. Hey, Lokführer, Türen sind offen. Auch schön. Habe ich echt noch nie gehabt, den Tradefieber, dass sie die Türen offen lassen. Ich wette, wenn er am Bahnsteig geschieht, macht er sie zu. Wir gucken mal, ob das jetzt ein Bug für diese Strecke war oder ob das jetzt immer so bleibt. Scheint warm zu sein. Da fährt der dann auch mit offenen Türen. Ein sehr warmer Tag. Dass die Leute auch abgekühlt sind, fährt er dann einfach mit offenen Türen. Das ist so in der Schweiz. So machen die das. Schweiß. Die fahren generell mal mit offenen Türen. So. Glaubt mir das ruhig. Frag den Heisenberg. Der kommt aus der Schweiz. Ach, jetzt fährt der aber aufs Fertig. Ja, und dann gleich kommt er nicht wieder. Ich sehe das schon. Ja, es ist doch doof. Ja, das war unsere tolle Mitfahrt mal wieder. Ich hasse euch, Züge. Ich hasse euch. Warum zeigt ihr diese Linie nicht an? Ich bin schon wieder grummelig. Ich bin schon wieder der Grummelbärt. Das gibt's doch nicht. Das kann doch warm. Ja, und jetzt steht er gleich. Er kommt da nicht hin. Kein Weg elektrisch. Ich hab mir das schon gedacht. Jetzt wächst er gleich die Richtung. Ich verstehe es wirklich nicht. Was ist dein blödes Problem, weswegen du da nicht hinkommst? So, wir stellen nochmal hier so ein Signal hin. Ich verstehe wirklich nicht, warum der... Fällt er schon wieder mit offenen Türen? Ja, warte mal. Stopp mal. Du rast mal nicht so. Ich will gucken, ob du deine Türen auch schon wieder aufgemessen hast. Ne, jetzt hat er zu. Ja gut, okay, dann war es ein einmaliger Bug. War halt sehr warm gerade. Aber auch schön. Auch schön. Hab ich mir das auch noch. Ich glaube, ich habe keinen Fehler, dass ein Zug mit offenen Türen rumfährt. Ja. Jetzt muss ich aber wirklich noch herausfinden, warum das hier nicht funktioniert. Ah! Wer suchet, der findet. Das ist das Problem. Deswegen er die Linie nicht anzeigt. Ja, siehst du, jetzt geht's. Gut. Dann verschieben wir die Mitfahrt einfach auf nächste Folge. Obwohl, das ist auch doof, ne? Nein, komm, wir machen die Mitfahrt jetzt nochmal. Dann fahren wir halt das Stück nochmal. Ja, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Da ist unsere Bahn. Ich muss jetzt natürlich dauernd warten auf die anderen. warte mal, da muss ich da vorne noch wieder die Loks drehen. Störungsfreie Mitfahrt, habe ich das schon mal erwähnt, dass ich das ganz gerne mal irgendwann hätte? Das ist so ein Wunschtraum von mir. Das ist so, du kannst auch schon mal drehen, du fährst eh in die falsche Richtung, Kollege. Dreh einfach schon mal. Jetzt hält der hier. Ernsthaft? Und der kommt wahrscheinlich jetzt nicht... Doch, das ist der Schweizer Zug. Dann nehmen wir den jetzt und fahren mit dem mit. Sehr geehrte Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Minas Tirith Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an einen Regionalexpress nach Heiligquell Flughafen über E-Routine. So. Warum fährt er eben? Die wollen mich doch alle flachsen. Das ist doch unglaublich. Warum fährt er denn jetzt auch auf das Gleis? Jetzt fährt er los. Ja gut, egal. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt darfst du noch mal drehen. Und jetzt weißt du, glaube ich, wer sich leistet benutzen sollst. Sehr schön, sehr gut. Und dann halten wir jetzt. Da können wir gleich mal mit weiterfahren. Machen wir 36 Minuten. 40 Minuten, ist egal. Wir haben ja Zeit. Der Bahnhof ist aber auch echt schick mit dem Salar. So, Salar. Mit den Solarflächen oben auf dem Bahnhof und so. Hier ist der Forsthof. Okay. Die Türen schließen sich, das ist sehr schön. Sehr geehrte Fahrgäste, wir kommen in der S5 nach Minas Tirith. Ne, nach Weißlauf. Unser nächster Halt wird dann Minas Tirith Südbahnhof sein. Das ist übrigens Quatsch. Wir haben die Karten voll falschrum gebaut, weil das ist ja im Süden und wir müssen die ganzen Bahnhöfe mal um. Es ist eigentlich der Südbahnhof. Eigentlich ist es echt der Südbahnhof. Vielleicht können die Minas Tirith nicht Norden von Süden aus der Zeit unterscheiden. Wie gesagt, Benennungsfolge könnte ich eigentlich machen. Ich kündige jetzt schon mal die Benennungsfolge an. Das wird die 75. Folge werden. Als Spächefolge wird in der 75. Folge die Benennungsfolge kommen. Das hatte ich ja schon lange vor und ihr dürft jetzt in den nächsten Videos und diesem Video im nächsten Video werde ich es auch nochmal ganz am Anfang sagen, schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Namen habt, für alle möglichen Dinge auf dieser Karte und dann werden wir anfangen.